Hallo, herzlich willkommen bei musikmachen.de, mein Name ist Nico Brandenburg und ich teste heute für euch das Micro-CL-Stack von Ampeg. Das Ampeg Micro-CL-Stack besteht aus dem Micro-CL-Amp und der Micro-CL-Box. Gucken wir uns den Amp mal an. Der hat zwei Eingänge, einmal für passive und für aktive Bässe, Master Volume, Höhen mit einer Bassklangregelung, dann hat er einen Aux-Level und zwar kann man da eine externe Soundquelle wie MP3-Player oder ähnliches CD-Player anschließen und hier zumischen. Dann gibt es einen Phone-Eingang für die Kopfhörer und wenn man den reinsteckt, ist die ganze Anlage stumm geschaltet. Das heißt, man hat dann nur noch die Möglichkeit, wirklich über Kopfhörer zu üben. An- und Ausschalter. Das Top-Teil ist in Transistor-Technik gebaut und hat 100 Watt an 4 Ohm. Auf der Rückseite gibt es noch einen Klinke-Speaker-Output, der mit der Box verbunden ist, sowie einen unsymmetrischen Klinke-Line-Ausgang und auch noch eine Effekt-Send-and-Return-Buchse jeweils. Die Box ist eine 2x10er-Speaker-Bestückung und hat 100 Watt an 8 Ohm. Hören wir uns das Ganze mal an. Ja, die Grundstellung haben wir eben schon gehört. Ich drehe mal die Höhen rein.